Die Sommer werden heißer, die Winter milder, der Bodensee lockt inzwischen das ganze Jahr über Touristen an. Terror und Naturkatastrophen, Fehlanzeige, Urlaub daheim liegt im Trend. Werden unsere Straßen bald verstopfen, unsere Berge überhaupt noch Schnee haben und wird es am Bodensee bald immer voller werden? Damit beschäftigen wir uns in der Multimedia-Reportage. Unsere Heimat im Wandel, wie das Klima den Südwesten verändert. Im Internet unter schwäbische.de Klima Südwest.